Wir werden angegriffen. Eben, wie gesagt, ich warte. Ich werde jetzt die Aufnahme kurz unterbrechen, bis wir wieder genug Eisen haben und dann sehen wir uns wieder. Also bis dann, tschüssi, Kowski. Ja, hallo zurück und wir haben es geschafft. Wir haben 5000 Eisen, das ist ja schon mal was. Und, ähm, wo sind jetzt irgendwo, hatte ich doch noch, ah, hier der Rote Baron. Der Rote Baron kann mal hier ein bisschen fliegen, um die Bürger zu schützen. Nur der Rote Baron. Und, so, hier, die Bürger schützen. Und wir machen uns auf den Weg, habe ich das auch deaktiviert? Ja, wir machen uns auf den Weg, die letzten gegnerischen Flugplätze zu vernichten. Wir werden angegriffen. Und, bumm. Ja, aber es sollte der Rote Baron, sollte doch jetzt irgendwo hier rumfliegen, oder? Wo ist der Vogel? Wo ist der Rote Baron? Wo ist der Rote Baron? Ah, da. Ah, da. Wir werden angegriffen. Salah. Wir werden angegriffen. 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 Ja, die gegnerische Luftwaffe wird ja schon bald. Wir werden angegriffen. 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 keine ahnung wo die gegnerische artillerie ist auf jeden fall nicht hier wir werden angegriffen was für ein sportsmann wir werden angegriffen okay egal mit dem artillerie beobachter gut krankenschwestern lassen wir mal das ja 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 Wir werden angegriffen. Aufbefehl. Aufbefehl. Sie heilen uns, aber sie heilen sich selber. Wir werden angegriffen. 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 Jetzt machen wir mal Speichern. Ende. Weil es geht Richtung Ende zu. Ah, ich hatte da noch Einheiten. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die seien schon alle tot. Was für ein Sportsmann. Das Ziel. Himmelwärts. Was für ein Sportsmann. So ein Traum. Gewattebefehle. Was für ein Sportsmann. Das Ziel. Himmelwärts. Ja. Das Ziel. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Angegriffen. Hört zu. So, jetzt passt es. Ja, das Ziel. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Wir werden angegriffen. Roger. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Untertitelung des ZDF, 2020